Boah, ich kling meinen Stuhl und meinen Rücken. Ihr seid ja echt freundlich zueinander. Immer doch! Ist doch normal. Hast du mal was anderes erlebt? Ja, dass ihr euch beide gegenseitig streichelt und... ...ein Herz zusammen mit Rettung gammelt. An unserem BBC streicheln wir uns immer. Genau. Ganz zärtlich. Oh. Hallo. Wo warst du denn weg? Ach, keine Ahnung. Ich glaub, ich bin irgendwie rausgeflogen oder so. Weiß ich nicht. Achso. Soll das Ding jetzt schon Strom haben oder was? Das Ding hat schon Strom, du Eld. Ja. Und was lädt das denn auf, du? Mit was lädt das denn auf, hä? Mit Strom. Mit welchem Strom? Ach, mit dem Ding hier oder was? Guck mal, ey. Nein, geht gar nicht mit dem. Guck mal da unten. Da ist ne Kabel. Woher kommt das denn her? Ja, wo wohl? Hast du das hier vorhin abgezapft oder was? Quatsch. Zapft ab. Zapft nicht so viel? Ach, der ja, der hat schon automatisch 400. Vor allem zieht der ganz schön viel grad. Ja, weil meine Energy-Sales sich drauf haben. Ich habe was anderes. Ich kriegst gar nichts mehr. Lass den auf 50, du Affe. Ja, hab ich doch gerade gespaßt. Nein, der war auf 400. Jetzt hab ich ihn wieder auf 50 gestellt. Schlagt euch. Ich mein ja mein damit grad, aber egal. Opfer. Ich hab daran niemand umgestellt. Ja, weil der von da hinten schon 400 rauspumpt. Ey, du Pisser. Oh. Warum warst du One-Hit? Bist du dumm? Mit was hast du denn geschlagen? Mit der Spitzhacke. Ja, lass den Scheiß doch mal. Du hast mich auch geschlagen und ich hab dich denn mit der Spitzhacke geschlagen. Ja, du Wichser. Ja, ich hab das in der Hand. Tömelei. Du. Was soll ich denn töten? Dann kann ich ja nix dafür, dass dich mein Spitzhacke Instabic macht. Also das brauch ich schon nicht. Ich hab den Rucksack. Ja, dann. Ja. Dann wird auch die ausgefunden. Hä? Wer hat die ausgefunden? Ja. Lead oder welche End-Cell? Warum leckt das bei mir so? Ja, warum leckt es gerade auch? Keine Ahnung. Koffer. Leadstone. Energy Cell. Glas. White Whetstone. Alter, haben die gesoffen? Pisser. Pisser. Ich schlag dich wieder mit meiner Spitzhacke. Ach jetzt, Maul. Ha! Das war meine Faust. Ich will mitspielen. Hau ab. Ich glaub. Du. Wie tief übertreibt's denn immer gleich? Ich übertreib's mit dem Hammer. Da kommt der Prängel zum Einsatz. Nein. Falsch. Lead 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 Lead. Wo haben wir Lead? Ich spiel mir das Lied vom Glied. Mein Gott alter. Das hat mir einen Schock gemacht. Das hat dir einen Schock gemacht? Ja. Das war richtig hart. Ach geil. Schock. Sparvertrag. Sweet. Wie sind Bienen da hart? Sparvertrag. Sweet. Wie sind Bienen da hart? Gut, dass die Spritzen immer schon aufgeschüttet sind. Ich hab's schon wieder nach unten gemacht. Was? Äh, eins zu hoch gemacht. Fick dich. Warum machst du das denn auch? Ja. Kostet mal ein bisschen was. Alter, wär denn die Blöcke... Wird's zum Blöcke raus gemacht? Ich? Mein Platz. Sulfur? Weswegen. So. Dann nehm ich einfach schon mal die Hälfte Blöcke raus, so. Wie musste man den Platz ja machen? 29 Blöcke. Da vorher wieder schon war. Na, wird der... Hallo. 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 Äh, Syrio. Ja, ist ja auch immer kein Crafty-Teil. Achter, ist ein Crafty-Teil. Ist ein Crafty-Teil. Ist ein Crafty-Teil. Nicht so... Jetzt mal irgendwo. Ah, ich glaube drei Stück. Boah, ekelhaft. Dumme Sau. Der war richtig ekelhaft. Dumme Dreck-Sau. Das wird heute ne Röps-Furs-Scheiz-Folge. Das werd ich jetzt schon drum. Ja. Die Düfte des Waldes. Die Düfte des Waldes? Ja. Richtig lecker. Nein, Elektrum. Ich hab noch Elektrum. Ich brauch, äh, drei Stück. Hat mir davon nichts mehr? Doch, ich hab's jetzt. Danke. . Mjeå. So, mach das. Mal gucken, wann ich Hunger krieg. Kommt in. Send uns das kommt bald, what up? Ja. Ich brauch Fluix. Boah. Ähm. Computer. Yo, Computer mit O, Alter. Gelitten oder was? Du fängst mit Bienen an, bist du schwul. Ne, wer fängt denn da jetzt mit Bienen an, du Flash? Ja, klar. See? Ja, wo hast du die Steine denn her? Ich hab grad was gemacht. Ich will grad Bedrock Breaker aufstellen und dann hab ich mich nach unten gegraben, weil das muss man halt bei Bedrock, ne? Dann hast du baam, baam, baam. Ich dachte, der Bedrock ist an der Oberfläche. Ja, hab ich auch zuerst gedacht, hast du noch Glas? BTF, du hast noch Glas von mir, oder? Ne, hab ich nicht mehr. Wie viel brauchst du? Drei Stück. Boah, bin ich gut. Ja, irgendwann hat das Sinn, oder? Boah, bin ich gut. Harte, ich tu mir welche in der oberen Reihen. Ja, seine weiter weg. Tu ich nein Stück rein. Auch nur drei. Dann nimm doch ruhig das. Ja, hat irgendwer für euch ne Ender Perle? Ja. Nein, für dich nicht. Kannst du mir die bitte geben? Zu suchen. Boah. Ey, wo ist dieses komische Dust Zeug? Was ändert das? Was willst du denn jetzt machen? Ich? Wirre lese. Was? Was? Wireless ME. Oh, tu doch mal das Fick-Dinge hier weg. Ich weiß nicht. Nimm dir das Ding weg. Doch der Grinder, ne? Ich tue das. Ich schmeiß das mal raus jetzt weg, ne? Nee. Doch. Keine Ahnung. Egal. Was ist das denn für Dinge? Bleck, brauchst du ein Fick-Stück. Na Bleck? Falsche. Ja, was ist? Oh, ich hab ein Fick-Stück. Oh, ich hab ein Fick-Stück. Warte jetzt nicht. Ich dachte, der hat kein Fuel mehr. Waren die drin? Boah, ey. Jedes Mal baue ich mich in den Zaun rein. Ich bin grad voll produktiv, ey. Oh, so ein Wunder. Denn ich wollte ja nur seine Törtel starten und nichts mehr machen dann. Hab ich auch nicht, eigentlich hab die nicht mal gemacht. Nachtspeicher? Nachtspeicher? Hm, ich guck grad, wo die Törtel-Programme sind. Ach, die ganzen Programme. Nachtspeicher halt so. Nee, 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 nee. Nein, Nachtspeicher ist was anderes. Welches Speicher? Was ist das hier? Ähm, Nachtspeicher, Tageszeit. Oh, das wird ein bisschen groß. Uff, was ist aus hinten? Was ist los? Nix. Ja, übertreib jetzt erstmal hier. Was denn? Nee. Bäh, bäh. 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 Label schön mit K schreiben, Label Set. Label Set. Set, Set, Set. Ja. Cable Set Null. Nice. Black, du hast nur noch ein Glas? Hm, nope. Ich hab das immer noch in der Kiste oben drin, das kannst du hier nehmen. Wo? In der oberen Kiste von dem. Ja, von mir. Von Flech. Ja, das ist bei mir Cloud. Aber du was hast im Gegensatz zu uns? Ey, du hast einen Bienenkorb. Was hast du im Gegensatz zu uns? Eier. Ey, ich hab gar nichts. Und dir. Oh, jetzt ist es auch noch dunkel, ey. Glitten. Wieso ich nix hab? Weil ich die ganze Zeit irgendwas für euch baue. Nö, du kannst auch mal ein bisschen farmen. Bist doch unser Bödenbock. Guck mal, ich geh farm und baue gleichzeitig und hab nur noch ein Tams Zimmer. Bimbo. 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 Mal schauen wir hin damit. Oh, mir fällt es sich ernsthaft ein. Oh, fick dich. Nö. Es ist ein Eisengefälle. Ey. Alter, wie das einfach nur heftig aussieht mit dem Hammer. Klatsch. Konnte man von oben nur rauspumpen oder überall? Bei der Endecore. Keine Ahnung. Was ist? Bei der Endecore. Könnte man nur oben rauspumpen oder überall? Äh, ich klopp nur oben. Bin ich sicher. Bum. 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 Oh, da ist Blöcks Mutter wieder. Haha. Machst du jetzt aus? Nein. Machst du jetzt aus? Was sagt die nicht? Was sagt die nicht? Die ist eine korrekte Mutter. Haha. So schön. In manchen Fällen. In manchen Fällen. Was ist ein Lubrikant? Ich brauch das. Joa. Für, 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 für. Ja und wird zu hättselt. Nein. Du hast aber noch zerfallen in Stücke. Ach. Was macht die wieder für Blödsinn? Nicht so weit genug lang. Oh. Der Duster hat mich gehauen. Pech? Wen interessiert's? Der ist gut gemacht. Ja. Hast du fein gemacht. Braver Blacky. Ah fuck. Sorry. WDF weint gleich. Braver Blacky vor allem. Ja Centos. Centos schlägt schon an. Ich hab da noch so'ne XP Dingestang gestellt. Wieso kann ich nicht mehr fliegen? Ich bin noch so'ne XP Dingestang gestellt. Weil du gestorben bist. Ja ich weiß, ich hab mal eine Gene aber wieder. Ja die hast du schon. Aber es gibt. Da ist irgendwo eine Spritze. Die ist falsch. Hä? Hä was? Warte mal. Du warst im Keller? Ja. Oh sorry. Eine hab ich letztens alle dementsprechend aufgefüllt. Ah anscheinend nicht. Mit dem, mit dem richtigen. Anscheinend nicht Centos. Was? Woa ne. Ball raus. Was denn? Muss er die halt durchprobieren. Ja sicher. Ich craft das bestimmt alter. Ach hier. Willst du nur einen? Hä warte mal. Der Magenten. Hä? Was ist das jetzt? Hä? Was hat? Ach da. Ach ein XP Busch. Ich bin gleich. Ich hab hier grad gar nicht. Ich wusste erst nicht. Dacht XP? Dachte ich hier so unten bei dem Black Magic da das Ding hinbauen. So ein. So ein. So ein. Mal ne Fratze wieder in der Cam gerade. Na echt? Ich bin ne Bratwuss. Das ist wirklich. Ja. 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 Ja.